So Leute, ich hab einfach mal ein anderes Spiel gespielt, einfach mal Bock gehabt, hab auch ein Video heraus droppen müssen und mir gedacht hab, irgendwie hab ich Bock wieder auf Minecraft, also Minecraft Angels, das muss ja auch dazu sein, irgendwie hab ich einfach Bock krieg, ich muss sagen, weiter geht's, schauen wir mal, machen wir es gleich ein bisschen stärker machen, besser ist, ja, besser ist, was sonst wird es ein bisschen zu langweilig, oder? Jetzt haben wir das alles mit dem Dschungel, mit dem Dschungel haben wir da alles fertig gemacht, also da haben wir überall ein Hackerl, jetzt schauen wir mal in der Hauptwelt, dass wir da wieder ein Hackerl haben, und dann, wie gesagt, ich hab's ja auch schon bei der vorigen Aufnahme erwähnt gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der letzten Folgen oder vorletzten oder vor 20 Folgen davor, nein, ich sag's nochmal für alle Fälle, Wir machen die Mission dann wieder alle, nochmal, und dann werden wir eh sehen, dann hätte ich gesagt gehabt, dass wir das so machen, Uuuuuh, da kommen schon wieder die Wichser daher, nein, jedenfalls, ich hätte gesagt gehabt, ich mach's dann so, Na, na, ich würde ja mal mehr machen, damit ich mich mal kurz kurz am Trinken drauf, Oh, da haben wir schon mal was Gutes, perfekt, 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 Na, jedenfalls, ich würd's gern mal so machen, dass wir die Hauptmission alles drüber und dran einmal geschafft haben, überall ein Hackerl, und dann gehen wir zum Boss, da sind wir auch wenigstens stark genug für den Boss, da brauchen wir sich wenigstens keine Surren machen, wir gehen in Meier oder sonst was, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, da braucht er aber schon lang, bis du treffert. Da braucht er aber schon lang beim Werfen, bis du narisch. Ah, na warte, wenn der einmal zum, wenn der einmal zum Schneiden beginnt, dann schneit der. Also, aber schon. Okay, dann doch relativ, ja, dann ist er doch relativ schnell. Warum war denn der jetzt plötzlich so langsam? Das frage ich mich jetzt gerade. So war der so aufgeladen oder was? Ach, ich glaube, ja, es könnte vielleicht möglichst so aufgeladen sein. Der Grazo bei denen ist gefährlich. Da ist gerade Vicky sehr gefährlich. Wenn wir da zu langsam sind, puh, Brudi. Da hast du genau den falschen Moment dann ausgesucht. Da haben wir sich dann wirklich sonst einen falschen Moment ausgesucht. Aber der Bereich ist ja voll riesig. Wie gesagt, ich mache es aber auch trotzdem so egal, ob wir da jetzt nochmal in Meier gehen oder nicht. Ich schaue mir trotzdem jeden Winkel an. In der Hoffnung, dass wir natürlich wieder was Besseres daherkriegen. So wie immer. Aber, okay, das ist eine Gebüte oder nur wegen dem einen. Okay, Geschwindigkeit ist halt einfach. Aber wie viel haben wir da? Der Gebüte oder das kann ich nicht mal ernährend mithalten. Nein, sicher nicht. Spitzakten muss warten. Müsste ich mal einen besseren Schaden oder wenigstens mehr. Ein höheres Level oder sonst kann ich... Nein, das kann ich mir nicht nehmen. Oder mit so wenig Schaden, oder? Da komme ich nicht weit. Da komme ich da nicht weit. Hm, vielleicht haben wir ja auch ein Klick. Vielleicht kommt ja was Gutes. Ha, Alarm! Alarm! Hat sich aber auch so angehört, Alter. Wie bei der Börge, Alter. Super. Aber ich hätte es sicher schon hunderttausendmal gesagt. Aber ist ja wurscht. Der fliegte Havara, bist du narrisch? Na, Hauptsache, der Bogen ist motherfucking geil. Phantomrüstung? Also, ich weiß, bei der Kuf, da komme ich gut aus. Also, aber leider nur mit Diamanten. Obwohl wir eigentlich sogar eine Stufe höher gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Ich muss eigentlich der erste Schild dabei rausgekommen. Das Problem ist halt auch einfach, dass halt viele explodierende Wichser dabei sind. Und die kannst du halt schnell übersehen. Kommt hier, Motherfuckers! Kommt hier, Alter! Da kriegt man wenigstens viel Gefühl daher. Da muss man schon sagen. Aber leider halt immer die Explosiven. Wichser. Wart, 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 wart. Boah, da nehmen wir natürlich in schnellere Modus. Eh klar. Yay! Ach, ich habe einfach eine geilere Waffe her. Gibt's ja nicht. Einfach noch irgendwie was geileres. Irgendwas Gutes. Irgendwo, wo ich da wenigstens dann beim ersten Mal die Meier machen kann. Nicht beim zehnten Mal. Das wär's, Alter. Hauptsache, die Wichser gehen auf einmal mehr. Weißt du? So bei einem Schlag. Bei einem Schlag und dann bin ich befriedigt. Dann bin ich ruhig. Dann bin ich wirklich ruhig. Ein Schlag und die müssen mehr gehen. Schon wieder so eine Kiste? Ja genau. Gibt's mir wieder so einen Blödsinn. Geh bitte. Eh, ey, 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 ey. Hey, Alter. Tut da gleich mit den ganzen Boden auzünden. Boden is lava. Nochmal. Ich glaube die Entwickler haben sie ein bisschen zu ernst genommen. Mit Boden is lava. Super. Also, in einem Moment. Die Spinnern lieber gleich mal gleich Holz. Das gibt's ja nicht. Dann sind die... Puh. wenn die mich dann irgendwie da so am boden wieder drauf bitten lassen das schon wieder herum gespritzt haben wie die ersten wahnsinnigen also so wie ich zum beispiel einfach nur durch die gegend spritzen waren das meiner wieder bisschen erschwerend wenn die dann zu mir angerast kommen und dann mein fett obwohl sollte man eigentlich lieber stehen bleibt die tun dann wenigstens mein fett dann wegfressen situation aber wir wollten nicht zu spät darauf reagieren dass die meier gehören wenn wir gehen wir die andere richtung wieder teilweise so nachladen muss was während der essen oder jetzt schon längst der meier gehört wird schon längst der gegner meier gehört aber na gut was passt denn drüber wo die was brauchst du da was passen du da für welches ok passt nein ich hab's geschafft ich habe mir so viel mehr gegeben und da kommt so ein plätzchen da raus das war ja urschwer das rätsel urschwer das gibt es ja nicht ja vielleicht haben wir da wenigstens ein klick wenn endlich mal was gutes dabei rauskommen könnte birch let's go und ok müsste ich jetzt nachschauen ah vielleicht gleich stark aber das schwert ist besser glaube ich das schwert ist glaube ich besser aber wenn wir es eh sehen werden wir eh gleich sehen ich glaube da haben wir sogar einen besseren bild ich mal so einen der über die fähigkeiten sagen wir hier jede seele die du da absorbierst hält dich ein kleines oh das ist schon mal gut ja 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 nehm ich nehm ich nehm ich oh die hat geile fähigkeiten oh die hat geile fähigkeiten muss ich mal nehmen muss ich ich kann nicht anders wenn dann wenn dann erst einmal bei dem und dann also i wie verringert er liegt na dann nimm er das dann nimm er definitiv äh verursachter schaden verbrennen muss nicht sein nimm er wirbler ja wirbler war schon was gut wirbler hat mir schon gut gefallen maximale gesund definitiv kämmer volle wäsch zieht kreaturen in reichweiten joh 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 da warte ich mir sowieso nicht so viel so du hast da wieder nur so ein anslot ach du scheiße ja das muss man dann leider in kauf nehmen weg wenn einer weg bewegen können obwohl man merkt das man merkt den schaden an oder man merkt dass der schaden nicht da ist dank dank die blitze kann man wenigstens was erreichen dank die blitze aber auch nur und durch den wirbler der wirbler ist bombe der wirbler ist wirklich bombe da da wird herum gefechtet wie bei mitten mein spaß in der moin Ah, haben wir einfach nur ein anderes Weg genommen. Ja, das geht auch. Puh, haben wir schon wieder Dach gehabt. Ich geh schon wieder mehr. Oh, 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 maschallah. Haben wir schon gleich noch bessere Schwertl. Schauen wir uns das gleich mal an. Wenn wir schon die Zeit... Na, ge bitte. Alter, nur mit einem Slot. Das passt mit, Alter. Die gewöhnen sich daran, dass da nur ein Slot daraus getroppt wird. Das gibt's ja nicht. Das kannst wir ja nicht auch tun. Jetzt ist man immer nur so ein Slot. Das ist geil, der kann gar nichts damit machen. Das ist ja nichts. Bin ich auch gefickt? Bin ich auch urgefickt, Alter, wenn ich das so... Na, das kann ich ja nicht machen. Das ist ja der urscheiß-Dreck. Dankeschön. Besser ist, hin und wieder auch mal zu schießen. Ah, da werden wir jetzt nicht mehr mal den rechten Weg da ausschauen. Ah, wir haben sie gleich mal den rechten Weg ausschauen. Hehehe, gemein, die. Gemein, ja. Alter, ich hätte jetzt schwören können. Ich hätte jetzt schwören können, der explodiert. Da ist ich... Na, da ist eh nichts. Passt. Ich hab's schon gesehen gehabt, ich hab's schon gesehen gehabt. Da geht, da geht nichts mehr. Ich muss sagen. Wieso, wieso bin ich nochmal bei den anderen ein paar Male mehr gegangen? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Äh, schwächere, schwer und so. Und dennoch, Fickerei des Todes. Da haben wir nur zwei, zwei andere, drei andere, oder vier. Waren's vier? Oh, ich glaube, es waren sogar vier andere Dungeons. Was gleich so vier andere Dungeons gleich ausmachen. Wahnsinn. Oh, das kann ich so. Ja, gut gebrauchen. Wir sind jetzt schon auf 700. Hab's ja gesagt gehabt. Das ist Wahnsinn, oder? Wie schnell wir steigen werden. Und allein schon durch die eine Fähigkeit, jedes Mal, wenn eine Seele dazu kommt. Heilung. Das ist noch praktischer für uns. Mh, mh. Mh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir noch einmal ganz kurz da noch vorbei. Und dann schauen wir. Kleine. Das ist gleich was Besseres. Das kann noch was Besseres sein. Ach, schau wieder so 1-Lot. Was ist denn da los? Die wollen jetzt nur mit 1-Lot dahergeben. Das gibt's ja nicht. Was hast denn du? Blitzetreffen drei Gegenden in der Nähe und verursachten Schaden. Ja, dann nehme ich definitiv das mit den Erlittenen. Definitiv. Obwohl das andere auch schon sehr, sehr verlockend war. Das hat mir auch schon getan gehabt. Das würde ich auch gerne genommen. Das war schon verlockend. Nächste Truhe. Na moin. Was, dann weiß ich wenigstens schon mal Bescheid wo ich hingehe. Weil was ich gesehen habe, dass es runter geht, dann gehen wir gleich mal rauf. Wir müssen sowieso zur Kiste, hallo. In der Hoffnung natürlich, dass wir irgendwann mal eine bessere Waffe da herkriegen. Bombe! Komm her da! Zack, zack! Boah, das war schon... Das war schon knapp, aber wir haben eh schon lange keine Explosion mehr gehabt. Also, wir haben immer einen Drang gehabt in letzter Zeit. Das war schon... War schon okay, wir haben schon relativ viel Glück gehabt. Also Glück haben wir wirklich gehabt. Bist du narrisch? Normalerweise wären wir jetzt eh tausendmal mehr gegangen. Geh bloß weg, Alter. Ich weiß, dass du explodierst. Ich weiß das ganz genau. Wir mussten es ja unbedingt austesten, oder? Eine kleine Probefahrt nach morgen. Ah, eh schon wieder der nächste. Super. Haben wir vor, dass wir wenigstens so schnell wegkommen. Okay, aber wie willst du auch die großen Meier machen? Da kannst du ja Wicke nur hauptsächlich ausweichen. Mehr kannst du eh nicht, Wicke machen. Diese Stimmung! Diese Musik! Wir haben ja auch schon bald von Tausender. Da kriegst du so viele Diamanten da hausse. Wahnsinn! Man muss aber auch dazu sagen, wir haben ja auch relativ viel gehabt. Wenn du kommst, dann kannst du vielleicht etwas weitergeben. Also, ich esse Musik. ich werde so mit so 1200 gemauste 1200 aber plus minus dem alles so geht es einmal ich glaube mit dem ich glaube mit dem gemauste da 1200 schon wieder das nächste wieder das nächste wird auch schon langsam wieder da ausgang ist da kommt aber noch ein bär das weiß ich da kommt aber noch ein bisserl mehr ich sag es aus und zwar da haben wir schon wieder was nächstes perfekt machen wir da gleich mal eine kleine säuberung und dann schauen wir es sich an hätte ich gesagt gehabt und keiner explodiert perfekt wie kann 47 plus sein ok ok normal zu wenig sondern da noch schauen pro sekunde mit dem komplett reinfall oder aber komplett auch vorerst laufen das ist wirklich jetzt ein kompletter reinfall der jünger schiff freud gehabt einmal zwei mal sogar vielleicht sogar eine uhrschwere entscheidung was der durch das mysterious private ist da dann aus na nennen armer und nix na dann jennt er sprung ins gesicht sowas eher so quasi konzentriert fix nix Der war auch schon wieder kurz davor. Der war so richtig kurz davor. No forest. Na auch nix. Oida. Ja bitte fahr herunter. Bitte fahr herunter. Das kann ich jetzt gebrauchen. Obwohl meier gehen tut er dann eh nicht. Jetzt denke ich, jeder wurscht. Hmmm, da kommt schon mal wieder was raus. Da kommt mal wieder raus was. Dann aktivieren wir das mal, damit wir die Gegner da haben. Damit es hier wenigstens ein bisschen spannender wird. Der Große, der kann sicher g'scheit ausdeilen. Bist, Eppert. Da vor mir in einem mal dran denken, dass der mich da erwischt. Bin ich vielleicht sogar schon hin. Oh, gut, dass der jetzt nicht irgendwas gemacht hat. Gott sei Dank. Na juuu, Kiste. Und? Na geh, na geh, das ist ja leider immer irgendwas Positives. Gibt's doch nicht. Das ist ja nicht echt zu schmoren. Na, warte, na, warte, na, warte, na, warte, na. Wer will, wer mag. Der soll ja einfach kümmern. Gönn. Perfekt. Da komm her da, komm her da. Ja, safe. Eeeh, bohle, 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 bohle. Das geht einmal gar nicht. Der macht einen Blödsinn da. Das gibt's ja nicht. Freche Tour. Gib ihm, Alter. Gib ihm. Gib ihm. Das war's für heute.